Ja, man kennt ihn. Los, äh, los, Brudermus! Fabian, äh, Dings, äh, äh, du kannst mitspielen, aber dafür brauchst du dieses Spiel. Böse Mädchen sind sexy, muss ich sagen. Hallo! Ich hatte tatsächlich schon mal ne 21-Jährige. Ja, schau, mein Schwester damals. Geschlechtskrankheiten können böse enden. Also, ich, äh, bin ich jetzt fürs, äh, äh, ja. Auch wenn ich dir, äh, wenn ich das nicht machen würde, weil ich ganz genau weiß, dass du ein hinterlässiger Huso bist. Dabei tut weh. Ja, DJ Dissana ist auf jeden Fall, äh, DJ Dissana, genau. Alles klar, man kennt ihn. Ups. Leute, seht ihr, ich bin so krass, dass die mich hier komplett anhimmeln. Ey, so krass bin ich, Leute. Wenn das Dings kommt, dass was da aus dem anderen Loch rauskommt, weiter hinten, wo man sein Döns reinstecken kann, dann... Mit meinem YouTube-Money, das sich auf Null beläuft. Sieht man das? Ja. Ich find's grad interessant, das ist das erste Mal seit Monaten, dass wir beide mal wieder gleichzeitig auf YouTube zu sehen sind. Sag mal, war auch wirklich kein Mod? Äh, äh... Excuse me? Ich bin auch kein Mod bei dir, ne? Also... Äh, 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 das ist ne Lüge. Ja, ich hab eine. Ja, ich hab eine.